Ich sage, jede Giftspitze in St. Quentin ist humaner, als was sie mit uns veranstalten. Das Problem ist, wir zahlen auch noch den ganzen Mist mit unseren Beiträgen, was auch immer. Wir zahlen in Deutschland für ein Gesundheitssystem sozusagen Krankheitssystem, zahlen wir 330 Milliarden und ich sage 330 Milliarden, was ist das Monopoly Spielgeld? Nein, das ist unsere Arbeitskraft. Ihr geht zur Arbeit, ihr vernachlässigt die Familie, manche von euch schaffen 17, 18 Stunden, kein mir Bestes. Und was wird gemacht? Unser Geld wird genommen mit einem Gewinn, nicht 1 zu 2,5. Zum Beispiel ich als, wenn ich ein Geschäftsmein, ich weiß, für 1 Euro, was ich investiere, brauche ich 2,50 Euro zurück. Mit 1 Euro stelle ich wieder die Leistung her oder bestelle das Produkt. 50 Cent, ich weiß, für meine Mitarbeiter, 50 Cent für mich und 50 Cent, wie meine Meinung ist, tue ich auch was Soziales für die Menschheit, weil eigentlich wir müssen die Gesellschaft zurückgeben und nicht einfach Eigenblöte darum. Irgendwann kommt die Zeit für die Gesellschaft, die selber hilft. Und so wie ich sage, die Pharmaindustrie hat Gewinne 1 zu 600.000. Bedeutet, wenn die Pharmaindustrie 100 Euro in Deutschland investiert, kriegt sie von uns sage und schreibe 6 Millionen zurück. Und diese 6 Millionen ist unsere Arbeitskraft. Das Problem ist, wir bezahlen auch jede teure Anzeige der Bildzeitungen, Münchner Bildzeitungen, was ihr da sieht. Oh, die erste Seite, die kostet 2 Millionen. Die bezahlen wir. Die haben keine Probleme damit. Wir bezahlen die Anzeigen. Was wir noch bezahlen? Die ganzen Strafen von der Pharma. Die Pharma hat ganz, nicht so, ich weiß, kleine Strafen. 8 Milliarden, 9 Milliarden, 10 Milliarden. Eigentlich ein moderner Krieg kostet 9 Milliarden. Wenn einer von euch 9 Milliarden hat, ich bestelle die Panzer. Du nimmst dein Land, deine Wahl und wir legen den Krieg los. Das Problem ist, es ist richtig verrückt. Wir zahlen sogar die Kugeln, die uns irgendwann, bis jetzt noch nicht uns, aber jemand tötet und uns selber irgendwann tötet wird. Da haben wir jetzt die Zeit auszusteigen. Und wir können keine Revolution starten, ich weiß, Molotow-Cocktails zu werfen, aber wir können viele Leistungen selber machen. Die 100% Zeit, wo, ich weiß, ihr habt die edelsten Gefühle für eure Kinder, für eure Ehefrau, für wem auch immer. Wenn ihr wissen seid, sagt ihr uns, ich weiß, unbezahlbar. So wie ich sage, was ich den Leuten gebe, wissen. Die meisten von euch trauen sich viele Sachen zu machen, vor was sie Angst haben, in Sachen Gesundheit etwas zu machen. Warum hast du Angst? Weil du kein Wissen hast. In dem Moment, wo du Wissen hast, wirst du keine Angst mehr haben. Wirst du das machen oder nicht machen. Was ich mache, gibt den Leuten Wissen, was mir eigentlich verboten wird. Ich habe jetzt 18 Prozesse laufen, ich habe gezahlt schon 260.000 Euro Anwaltskosten, 50.000 Euro Strafe, 5 Tage Gefängnis. Da frage ich mich, wann soll ich aufhören? Was zahlt ihr Wert in dem Saal? Ich weiß, 60, 70 Menschen, was sind die wert? 1 Million, 200 Millionen, 1 Milliarde ist ja unbezahlbar. Und darum werde ich mich auch gar nicht stoppen. Die können noch so viele strafen, als solange ich atmen kann und reden kann, werde ich weitermachen. So dass mich werde auch keiner stoppen und werde auch nicht den Schwanz anziehen. Warum? Weil wir alle sind eigentlich angstfrei geboren. Jeder ist angstfrei auf den Planeten gekommen. Jetzt könnt ihr mal sehen, vor was ihr Angst habt. Viele werden sagen, Franzi, ich habe Angst. Wahrscheinlich verliere ich meinen Job. Der Nächste sagt, ich weiß nicht, was es morgen bringt. Meine Frau verlässt mich vielleicht. Ich weiß, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Mein Kind wird krank. Ihr könnt höchstens Angst haben, eure Identität verloren zu haben. Viele von uns haben schon alles aufgegeben, für was auch immer. Der Arbeitgeber sagt, halt den Mund und schaut aus die Fresse als Arbeit weiter. Dann, ich weiß, die meisten Leute für 50 Euro Haushaltsgeld, für nette Geste, nur einfach dabei zu sein. So wie ich sage, die Welt ist groß. Wir sind 7,5 Milliarden Menschen. Sucht euch Menschen, die auf eurer Ebene sind. Leute, die euch weiterbringen. Und darum sagt, ihr bleibt angstfrei, weil ihr nehmt eure Identität zurück. Das ist das Beste und das Edelste, was ihr habt, eure Identität. Und du lässt euch niemals verfälschen. Wir sind keine Sklaven. Wir sind freie Menschen. Ich bin unabhängig von jedem System. Und ich stehe nicht ein, in Deutschland ist es eine Demokratie, aber ich stehe nicht ein, dass ich ein Medikament von der Apotheke kaufe und nach zwei Stunden bist du tot. So was ist legal. Das ist für mich ein vorprogrammierter Mord, den wir alle mehr oder weniger genehmigen. Und heutzutage selbst die Tochter, wenn ich sehe, die Tochter Unwissen nimmt, füllt die Pillendose mit so Medikamenten und geht zu ihrer Mutter und sagt, füge dich mal aus dem Herzen. Hab dich ganz stark lieb. Die Tochter tötet die eigene Mutter. Auch Unwissen. Das heißt, erst mal ist, wenn manche älteren Frauen, die können ich mal lesen, können ich mal schreiben. Und wenn von der eigenen Tochter, ich weiß, durch die Mittel der Pharma vergiftet, ist wichtig, dass das aufhört. Unser Körper braucht keine Gifte. Und zweitens, es gibt gar keine Krankheiten. Es sind 44.000 sozusagen Krankheiten. Wenn man die Krankheit nennt, ich werde ihm auch gleich sagen, die Stoffe, die fehlen. Eigentlich sind 44.000 Mangelzustände des Körpers. Und die waren so schlau, für jeden Mangelzustand einfach zu geben. Dieser Mangelzustand ist gleich Krankheit. Wenn einer von euch Osteoporose hat, deshalb ist er noch lange nicht krank, der ist kerngesund. Was hat er gemacht? Er hat jahrelang vernachlässigt, die Sonne nachzutanken. Dem fehlt Vitamin D3 und vielleicht ein Vitamin K2, das das starke Knochen kriegt. Ist er deshalb krank? Glaube ich aber nicht. Wenn es heutzutage ein Beispiel aus dem Leben ist, Sie gehen zum Kühlschrank machen, den Kühlschrank kaufen und sagen, oh, mein Kühlschrank ist leer, ist eigentlich krank. Was machst du? Nimmst einen Einkaufswagen, gehst mal zwei Stunden unterwegs, nimmst dir richtig Mühe, alle Dinge machst du durch, real, wie es ja auch immer die Geschäfte heißen, EDKA E-Zenter und kommst nach zwei Stunden, schaffst deinen Kühlschrank voll zu machen, machst die Tür wieder zu, ganz zufrieden, oh, mein Kühlschrank ist wieder gesund. Wenn dein Auto kein Öl hat, ist dein Auto krank? Glaube ich aber nicht. Du machst einen Ventildecklauf, holst einen halben Liter Öl, schießt drauf, ziehst einen Ölstab, schaust, ob der Level passt, grunde, wir haben ein gesundes Auto. Und das ist verrückt. Wir sind im Stand, Kühlschrank zu füllen, wir sind im Stand, Autos zu füllen, aber wir sind nicht im Stand, vier, fünf Sachen in unserem Körper zu füllen, die für uns lebenswichtig sind, für uns, unser Umfeld. Aber das Problem ist nicht, ihr seid die Schuld, sondern da draußen. Keiner will Wissen weitergeben, jeder sagt, ey, wenn ich was weiß, werde ich die schön dumm halten, ihr werdet für mich die Eierlegende Wohlmeister ausschauen. Die nächsten paar Jahre werde ich von euch schön leben und die meisten Leute lassen sich richtig auch schön leben, in welchem Sinne auch immer. So wie gesagt, die Ärzte am meisten durch die Allgemeinheit. Und so wie gesagt, irgendwann kommt die Zeit, wo einer alles spricht, alle Dinge. In Indien hatte Gandhi das ganze britische Empire rausgejagt, dass der Leute gesagt hat, hey, wir machen uns eigenes Salz, wir machen uns eigene Stoffe, wir weben selber. Nelson Mandela hat 28 Jahre lang im Gefängnis verbracht. Apartheid ist Geschichte. Ich war auch eineinhalb Jahre im Gefängnis in Rumänien wegen Freiheit. Jetzt habe ich die Freiheit, ich bin in Deutschland, was muss ich machen? Schön den Mund zu halten, mir wird ja verboten, was zu reden. Ich soll die Fresse halten, darf nicht die Leute aufklären. Zweitens soll ich den ganzen Scheiß schlucken, die ganze Chemie, meine Arbeitskraft soll ich so billig wie möglich hingeben, damit der andere weiß, was nutzend ist. 5% der Leute haben das ganze Vermögen auf dem Planeten. Und vielleicht noch in den Sarg reinzuspringen, bevor ich eine Rente kriege, ich sage, ich pfeife auf die Rente, weil ein Telesuppe kriege ich überall. Die Leute müssen sich gewohnen, jetzt zu leben. Vergesst eure Vergangenheit, eure Zukunft, lebt jetzt jeden Moment intensiv. Um richtig zu leben, brauche ich Gesundheit. Ohne Gesundheit ist das Leben sozusagen nicht lebenswert. Ihr bemerkt, bei einem kleinen Schnupfen, wenn ich frage, was hast du auf dem Konto, interessiert mich, ich habe einen Schnupfen, ich will den Schnupfen, was ist auf dem Konto? Nein, mein Schnupfen muss weg. Es sieht, schon ein Schnupfen ist ein Riesenproblem für einen Menschen, was ist mit anderen Menschen, die haben Diabetes, die haben Multiple Sklerose, die haben, ich weiß, Osteoporose, Arthrose, die stehen mit Schmerzen auf, gehen mit Schmerzen schlafen. Und das, um diese Gesellschaft zu verändern, da nützt keine Parolen, bla bla bla, nicht, sondern machen. Es sind weniger, viele reden, aber wenig machen. Wir brauchen Gesellschaft, Leute, die machen, die nicht reden, sondern machen und irgendwann werden wir auch sehen, wie es richtig ist, mehr oder weniger. Aber ich sage immer, ich will die Gesellschaft verändern, nicht durch Politik, Parolen, vielleicht könnt ihr auch Lidl eine Partei machen, hätte halt der Auf- und Anhänger, habe ich keine Lust, will ich nicht, mit so Systemen, wir sind alle gleichberechtigt in Regierung von unserem Land, was auch immer von dem Planeten, jeder muss seinen Beitrag leisten. Ich brauche keinen Präsidenten und was auch immer, Bundespräsidenten. Und so wie in Deutschland, dass 600 Leute vom Bundestag uns durch den Kakao ziehen, 600 Leute dirigieren, was in Deutschland läuft. Ich weiß, in Frankreich hat die Regierung Angst vor den Leuten. Wisst ihr, was in Deutschland ist, die Leute haben Angst vor der Regierung. Sie kommen, Herr Franz, Sie haben hinterher für mich entschieden. Für mich braucht keiner zu entscheiden. Die können mich kreuzweise. Ich weiß, was ich die nächsten 20 Jahre tue und mir muss keine Regierung was sagen, was zu tun und zu lassen haben. Nur, sie wollen halt alle leblosen Preis, so kann man die Leute kleinkriegen, die Leute dumm halten und krank halten. Wenn man voll krank ist, kann ich nicht aufstehen. Wenn die Leute aber gesund sind, dann werden sie sagen, hey, ich brauche nicht das Glas da, ich brauche gleich die ganze Flasche, weil mir steht sie zu. So wie ich sage, ich will den Leuten gesund machen. Darum sage ich, ein gesunden Mensch wird niemals ein Kind vergewaltigt, ein gesunden Mensch wird dich niemals betrügen, wird immer ethisch korrekt umgehen. Ein gesunder Mann wird Menschlichkeit haben. Was ich das Zweite von Leuten frage, erst mal eure Erfahrung. Zweite, wie weit geht ihr von Mitmenschen? Ich weiß, wenn ihr meine Familie zu essen habt, wenn ich da an den Straßen graben bin, ich glaube, das ist mehr betroffen als meine Familie. Und drittens, was ich Menschen frage, wer hat von euch einen gesunden Körper? Leute mit gesundem Körper werden die Welt verändern. Kranke Leute verändern gar nichts. Es ist so weit, dass wir richtig medikamentsüchtig sind. Drogensucht ist nichts gegen Medikamentensucht. Jeder kommt mit Drogen, die paar Junkies, was da am Bahnhof hängen, aber wir sind medikamentenabhängig. Wenn ich rausgehe, durch die Dörfer da bei Würzburg fahre, da quellen die alten Ränder von der Apotheke, quellen sie raus, Schlangen von Menschen, die nach Medikamente lägen. Jetzt merkt euch, unser Körper brauchen, wir brauchen den Dreck nicht, wir brauchen die Medikamente nicht. Und ich sage immer, draußen in der Natur, wenn ich rausgehe, irgendwo im Wald, im Wald habe ich keine Krankenhäuser gesehen, ich habe keine AOK gesehen, ich habe keine Krankenkasse, ich habe keine 100 Hirsche in den Betten liegen gesehen, nur Oberhirsch therapiert sie. Es gibt nur Leben oder Tod. Wir haben uns, ich weiß, was auch immer gewöhnt, zum Arzt zu gehen, alles für jeden kleinen Furz. Gehe ich zum Arzt, die Furzen ist keine Krankheit, du kannst ins kleine Haus gehen. Und wenn du im Stand bist, zum Arzt zu gehen, kannst du auch wieder klein nach Haus gehen, weil ich weiß, was wir dort erleben. So wie ich sage, das Problem ist, meistens frage ich die Leute, was hat euch bis jetzt zum Arzt getrieben, warum seid ihr hin? Viele von euch werden sagen, Herr Franz, ich bin unwissen, ich wollte, ich bin zum Arzt gegangen, haben gefragt, kannst du mir sagen, was mir fehlt? Die meisten gehen zum Arzt, tut was weh, du weißt nicht, was dir fehlt. Was soll ich machen? Der Arzt sagt, eiskalt, ich weiß nicht, was dir fehlt. Mir interessiert das gar nicht, ich habe einen Haufen Chemie für dich und das wirst du nehmen, weil ich der Onkel Doktor bin. Und ich sage immer, meistens der Onkel Doktor ist sogar kränker als wir. Die meisten Ärzte, du gehst zum Arzt, viele von euch, ich weiß, haben Diabetes. Der Zufall macht, dass der Arzt auch Diabetiker ist. Der Arzt hat zwei Stents, hat ein künstleres Knie, der hat auch Asthma, pfeift aus den letzten Lochen, weißt du, was er behauptet? Ich mache dich gesund. Merkt euch, Leute, die krank sind, machen Menschen nicht gesund. Ich mache mich, Leute, die krank sind, machen Menschen nicht gesund.